Die Grünen Liberalen unterstützen das Klimaschutzgesetz aus voller Überzügung. Damit tun wir endlich das Netto 0-20-50-Ziele, was ein Minimumziel ist, in unser Gesetz hier schreiben. International haben wir uns schon verpflichtet, aber auch Zwischenziele festlegen, damit das in die Umsetzung gehen kann. Das Gesetz bringt aber auch für die Wirtschaft und für die Bevölkerung riesengroße Vorteile, weil Investitionen in neue Heizungen, in fossilfreie Heizungen und Innovationen gefördert werden sollen, und damit ein Schritt in Richtung Klimaschutz gemacht wird.